Ach ja, übrigens, willkommen im zweiten Durchlauf. Nehme ich es halt einfach mal nochmal auf. Aber ich weiß gerade, es super läuft. Ich habe nicht einmal laden müssen bis jetzt. Das ist so asozial. Wirklich, das ist bemerkenswert. Obwohl, bevor ich hier reingekommen bin, musste ich ein paar Mal laden, weil der, der normalerweise total idiotisch irgendwie gegen die Wand pisst und nichts mitkriegt, hat diesmal jedes Mal was mitgekriegt. Im Ernst, ich war zwei Meter hinter dem, er hört auf einmal ein bisschen auf, dreht sich um und, ja, Mist, hat mich dann angepasst. Dann habe ich es nochmal überschaffen, habe ihn mal übergezogen. Dann war Ruhe. Ja, und jetzt sind wir hier wieder. Ich habe gerade, wie gesagt, alles schon ausgeholt. Deswegen sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt muss ich hier eigentlich nur wieder zurück. Das ging wirklich ziemlich schnell, locker und flockig. Sollte man gar nicht glauben, wenn man die vorige Folge gesehen hat. Ich glaube, der kommt hier her. Kommt er nicht? Fackelschein, ich sehe auch keinen. Ganz schöner Schwein gehabt. Hallo. Alter, ich miede den gleich um. Okay, jetzt bin ich hier. Ah, doch nicht. Ich habe die Fürchten, dass wenn ich da hinlaufe, der sich umdreht. So, aus Prinzip. Ui, die Fall. Übrigens, die da haben einige extreme Ansichten zu uns, Goyhotel. Also die... Ja, das nicht. Aber sie waren der Meinung, ach, schlachen wir doch alle Elfen ab. Dann ist Ruhe und auch die ganzen Frauen und Kinder, weil ich meine, die wären ja auch vielleicht Goyhotel. Ja, aber da wissen wir, wie sich's entwickeln wird. Das hat mir gleich nicht gefallen. Laredo lagert hier einige wertvolle Geschenke hiesiger Kaufleute. Er befürchtet wohl einen Angriff von Jorvet. Außerdem habe ich gehört, wie der Kommandant mit Sheila sprach. Worum es genau ging, weiß ich nicht, aber anscheinend will er ein Geschäft abschließen. Mal sehen, was er sagt. Für Versprechungen kannst du deine Alte flachlegen. Zisch ab. Für alle die Schronketten, ihr könnt sie wieder überspringen. Morgen. Los, hinein. Sie warten schon. Und wohin jetzt? Das ist ja ein Riesenstall. Ihr geht nirgendwo hin, Herr. Jedenfalls nicht du. Wir haben Befehl, niemanden außer dem Hexer einzulassen. Hund, Räudiger. Du willst es hässlich? Das kannst du haben. Wenn du dir Krach machst, rufe ich Verstärkung. Schon gut. Bestell Laredo, dass ich die Botschaft verstanden habe. Leb wohl, Roche. Kein Geld, wie? Ihr Kommandant ist mir mein Soll schuldig. Komm wieder, wenn er's nicht bläst. Ich bezahle dich noch. Bestimmt. Zum Kommandanten? Ich hab etwas für ihn. Na dann, viel Glück. Seine Laune ist miserabel. Warum das? Das erzähl ich dir ein anderes Mal. Und anderswo. Wieso geht's hier denn immer nach links? Versteh ich nicht. Da hoch geht's wahrscheinlich immer noch nicht. War ja klar. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Hack dich. Ach, halt den Handtuschbacken. So, ein Briefkasten. Her damit. Genau. Deswegen hab ich's ja nochmal gemacht. Mhm. Der Schatz des Nilfgaardes. Das wissen wir ja jetzt. Ja. Das wird lustig. Also er scheint nicht komplett vor einer Rolle zu sein. Nur einen verflixten Hass gegen Annalinge zu haben. Na endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Hm, ich glaub, da bin ich immer noch direkt. Weil wenn ich sage, dass meine Sache oder nichtsbestimmt ist. Also erstmal, dass meine Sache ist, würde ich erstmal affront. Und nichtsbestimmtes ist erstmal platt und einfach, ja, doof. Also von daher direkt. Ich suche den, der schuld ist an Volltests Tod. Was? Hier? Die Scoia-Tel hatten ihre Finger im Spiel. Und ihre Spur führt nach Flotzam. Ein Glück, dass du auf Bernhard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Ich will nicht, Jorvet wird das vielleicht eigentlich klarstellen. Weil ansonsten missbraucht er halt die Information. Und hetzt halt wahrscheinlich die Einwohner halt dagegen auf. Ähm, warum ist das so rutscht? Das, pff. Hm, stellen wir es lieber klar. Mich interessiert allein der Königsmörder. Ein riesiger Kerl, kaum mit jemandem zu verwechseln. Hat er? Ja, er hat Volltests getötet. Und nun verkriecht er sich in diesen Wäldern. Da sollten wir ihn doch zu fassen kriegen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotzam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Schade. Hm? Für Banditen gibt es keine Barmen. Es sind Banditen. Das stimmt tatsächlich. Das ist eure eigene Schuld. Und mehr oder weniger auch. Und da mische ich mich nicht ein. Ich werde es wahrscheinlich müssen. Aber ich will es eigentlich nicht so wirklich. Das ist eher eure Angelegenheit. Euer Zwist ist nicht der meine. Du hast aber in der Nähe von Flotzam Elfen getötet. Sie hatten uns angegriffen. Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Laredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her. Du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg. Da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotzam. Sicher, sie essen, fitten und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorwit sie zum letzten Kampf aufruft? Puh, behandle sie anständig, das ist ein Vorwurf. Schlechte Idee. Sie können sich auf ihre Seite schlagen. Richtig schlechte Idee, wenn dann ist er ja erst recht dagegen eingenommen. Das haben wir für Flotzam entschieden. Na, ja, für Flotz, aber nicht für ihn. Haben sie dir den Beweis für ihre Treue nicht geliefert? Sie und Jorwit sitzen auf verschiedenen Seiten der Mauer. Sie verstehen ihn aber, Hexer. Seine Sprache, seine Methoden, seinen Glauben. Vielleicht schneiden sie uns eines Nachts ein Lächeln in den Hals und öffnen die Tore. Was für Gerede. Mir wird schlecht. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuer. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Es geht um Jorwit, aber er ist ein Hassist. Du hasst die Anderlinge. Ich hasse Jorwit. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt, er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder mitzelt. Er ist ein ungeheuer Geralt. Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Schon gut. Ich habe verstanden. Du sollst die nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Dratenburg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorved in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätze mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorved. Soltan soll mir helfen? Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Ich... das heißt, die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorved führen. Ich bleib immer noch wahr. Ich spreche mit Soltan. Hoffentlich fasst du den richtigen Entschluss. Leb wohl. Was gibt es Neues, Hexer? Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an wie Scheiße fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte themerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Jorved loszuwerden wird nicht einfach. Er mag hartnäckig sein, aber wir sind auch nicht ganz ohne. Ich lasse nicht zu, dass die Scoia-Tel Flotsam niederbrennt, wie es ihre Art ist. Die Menschen in Flotsam verdanken den Elfen nichts. Häuser und Werkstätten haben sie selbst errichtet. Nicht auf dem Grund zerstörter Elfenstädte, sondern im dichten Busch. Wenn die Langurnes wissen wollen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist. Was ist immer Neues? Was ist immer Neues? Hm. Was ist immer Neues? Was ist immer Neues? So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Kämmt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Wellen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du scheißer Spachter Elf. Vergiss dein Eisenzeug nicht. Danke für die Erinnerung. So, alles hier. Puh. Ja, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses kurz Hinterlodium ab. Und wir sehen uns in einer regulären Folge beim nächsten Mal. Ciao, ciao.